Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Dieser Typ hat eine fliegende Badewanne konstruiert, indem er sie an ein paar Drohnen angebunden hat. Und jetzt geht er damit zu Essen holen. Der Vogel tanzt beim Lachen. Weil er cool ist. Und das Kamel isst Kaktus. Kamel kennt das, weil sie sich an das Leben in der Wüste anpassen mussten und darum einen Gaumen aus Stahl haben. Und wenn wir schon von Schildkarten sprechen, hier verfolgt eine ein Typ in einem Rollstuhl. Und dann geht's. Ja, das wäre es wieder gewesen, ich hoffe es hat euch gefallen und bis am Freitag, tschüss.